Heute stelle ich euch Evelyn Breziner vor. Evelyn ist eine Fotografin aus Wien. Wenn sie durch Wien rollt, sieht sie die Stadt aus einem anderen Blickwinkel. Und diesen Blickwinkel versteht sie meisterlich einzufangen. Sie hat ein unglaubliches Gespür für Bildkomposition und Fotobearbeitung. Ihr Instagram-Feed ist ein reines Vergnügen für die Augen. Und darum bleibt mir nur zu sagen, reinschauen lohnt sich.